Die Notebooks von Xiaomi besitzen ein schickes Design, und, überwiegend, gute Hardware, sind aber in Europa kaum zu bekommen. Wer es trotzdem mal mit einem dieser Laptops aus China probieren will, könnte sich die aktuellen Angebote einmal genauer ansehen. Bei Geekpoying gibt es zum Beispiel derzeit Xiaomi Notebooks mit bis zu 33% Nachlass. Anzeige Diesen Rabatt gibt es beim wohl interessantesten aktuellen Angebot, dem Xiaomi Mittwoch Notebook R13,33, dessen Preis bei Momenten 680 Euro liegt. Dieses 1,3 kg leichter und weniger als 1,5 cm hohe Notebook im schlichten silberen Aluminium-Design kommt mit einem 13,3 Zoll großen Full-Display, IPS, 1920x1080 Pixel, einem Intel Core i5-7200U Prozessor, Kabylake, 2 Kerne, 4 Triads, 2,5 bis 3,1 GHZ, 8 GBT DDR4 Hauptspeicher, Geforze MX150 Grafikchip, 256 GBT großer und schneller Infmi SSD, Fingerabdrucksensor im Touchpad und Windows 10 Betriebssystem. Rahmen und SSD sind außerdem noch aufrüstbar. Als Anschlüsse gibt es einmal USB Typ C, zweimal USB 3.0, einmal HDMI und einmal 3,5 mm Klinke für ein Herzet. Eine Webcam und Lautsprecher sind natürlich auch eingebaut.